Das soll die neue Wunderwaffe gegen die Cellulite sein. Aber ganz angenehm ist das Verfahren auf jeden Fall nicht. Das Füttchen fühlt sich an, wie wenn man einen 24-Stunden-Flug hatte, dann schlaft man um den Kessel. So spürt es jemand. Und die Beine sehen kurz nach der Behandlung auch ziemlich mitgenau aus. Sie testet die neue Cellulite-Entfernungsmethode, ob diese wirklich der Durchbruch gegen Orangenhaut ist. Damina Lamprecht ist 36 und stört sich seit der Pubertät an ihren unschönen Teilen. Ich hatte es eigentlich schon immer. Und jetzt nach den zwei Schwangerschaften hat es sich ein wenig ausgedehnt. Es ist ein wenig mehr geworden. Und als ich noch jung und knackig war, habe ich viel Sport gemacht. Und das ist jetzt mit zwei Buben nicht mehr so möglich. Und dann habe ich angefangen mit Cremeln und Massagen-Dings, wie man es halt kennt. Ich hatte das Gefühl, es hat nichts gebracht. Und jetzt bin ich da, um zu schauen, ob das jetzt etwas bringt. Mal so eine Behandlung im Griff zu machen lassen. Vitamina leidet 85% der Frauen an Cellulite. Auch die Stars wie Kim Kardashian, Daniela Katzenberger oder Jessica Alba. Selphina soll aber Abhilfe schaffen. Den neuartigen Eingriff aus den USA machen wird Dr. Mandana Pecklar ihrer Praxis am Paradeplatz und soll wahre Wunder gegen die Cellulite vollbringen. Man muss sich vorstellen wie Matratzen. Die haben doch so in der Mitte die Knöpfe. Das gibt dann so ein wenig unregelmässiger Relief an der Oberfläche. Man geht in die Haut rein, trennt die sogenannten Bindengewebsfasern und damit erholt sich, gibt es wieder eine Entspannung auf der Haut. Und die Haut ist nicht mehr so dellig und gewalt, sondern glatt. Vitamina hat eine mittelschwere Cellulite. Die Behandlung kann der zweifachen Mutter ihre Delle für immer verschwinden lassen, kostet aber zwischen 3'000 und 5'000 Franken. Hier in einem Forum wird sie für den Eingriff präpariert. Ich markiere jetzt jede Delle, damit ich weiss wie ich die Bindengewebsfasern trennen muss. Und das sehe ich am besten mit dem Licht von oben her. Das Cellfina-Gerät saugt Haut bis auf 6 mm an. Jede Delle wird betäubt. Die Behandlungsrisiken sind angeblich klein, Entzündungen an den Einstichstellen könnten vorkommen. Nach der Betäubung fängt die eigentliche Behandlung erst an, nämlich das sogenannte Schneide. Da kommt auch wieder so eine Schablone, so ein Vakuumteil, da drauf. Und das Kabel ist eigentlich an einem Motor angemacht. Und dann gehe ich rein. Achtung, jetzt gibt es einen Ton, nicht zu verschrecken. Und so traine ich dann das. Und das mache ich jede Delle einzeln. Also jetzt spüre ich eigentlich weniger als vorher bei den Spritzen. Es ist jetzt nur noch so ein dumpfes Gefühl. Und das Brutale ist eigentlich das Geräusch, das du hörst, also die Zagi. Nach gut zweieinhalb Stunden ist der Eingriff vorbei. Der Kreislauf macht jetzt gerade nicht so mit, aber sonst geht es mir eigentlich sehr gut. Es tut auch nichts weh. Wir haben mich jetzt hier eingebandagiert. Jetzt gehen wir dann nach Hause und in drei Monaten sehen wir das Resultat. Ich freue mich schon darauf. Nach gut drei Monaten sehen wir Tamina wieder mit neuer Haarfarbe und auch glätterem Bein. Es ist alles schön abgeheilt. Kein Blunderbüsse mehr. Und man sieht jetzt eindeutig hier die Dellen, die wir nachher zusammen auf dem Foto anschauen, sind verschwunden. Auch vor allem diese hier. Super, ich bin zufrieden. Ich auch. Sehr schön. Der Vorher nachvergleich zeigt der Skelettos Hautbild. Tamina ist mit dem Ergebnis zufrieden. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Und das hat man eigentlich schon schnell einmal gesehen, als die Farbe weg ist. Und dass es jetzt einfach einheitlicher ist. Ich bin sehr zufrieden und ich würde es wieder machen. Wie lange das Ergebnis tatsächlich so bleibt, lässt sich nicht definitiv sagen. Dafür ist die Methode einfach noch zu neu. In den USA aber sind die meisten Patientinnen nach zwei Jahren immer noch zufrieden.